Ah, hier geht's schon wieder abschauen. Da auf dem Haus sind auch einige. Oh, sind hier unten gefangen, ne? Das sieht fast so aus, ne? Aber dann gehen wir jetzt direkt in die Vollen. Und greifen hier mal an. Na, jetzt. So, komm schon. Ihr kriegt das alles hier. Die machen wir platt. Oh, das sind auch nicht mehr so viele hier. Komm schon. Ah, jetzt macht das Ding halt kaputt. Wo sind die denn alle? Ah, die stehen hier ein bisschen entfernt. Okay. Auto-Save complete. Das heißt, wir haben es geschafft. So, was? Ach so. Jefferson, move your men to the docks and strike that cargo ship where it hurts. Now. It's gonna get tougher from here on out, Major. I'm gonna need some bigger guns. Bigger guns hört sich gut an. Chamberlain, we're gonna shut this thing down right now. I need your green light to bring in the shield units. Are you out of your mind, Richter? We've got reporters from all over the planet covering this disaster. And you are aware, Major, those shield units are top secret. No one is supposed to know that they even exist. They do exist, and I need them. You need them. Are you gonna let the enemy destroy this city on your watch? Fine. You've got your goddamn shield units. You better get the job done. I'm not gonna forget this. Six-three, this is five-one. You're clear to drop your cargo. Transferring DZ coordinates. Do you copy? Copy, five-one. Vectoring to DZ. Over. Uh, was ist das denn schönes? Five-one, this is six-three. The Christmas toys are in the chimney. Leaving the area. Over. Alter, was war das denn? Nice. Nice. Alter, krass. Das sind ja krasse, krasse Einheiten hier. Alter Latz. Gut, sie sehen ein bisschen... Äh, was? Okay. Hier sind noch mehr drin. Naja, damit werden wir doch locker fertig hier, oder? Wo kommen die denn immer her, hier? Meine Fels. Ah, hier unten wird irgendwo... Aha. Pass auf. Kriegen wir hin. Sehr gut. Ah, weißt du was? Ich lasse die Einheiten gleich einmal alle hier. So, zwei habe ich keinen mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder... ...diese Apaches organisieren, die hier unten irgendwo sind. Äh, hier. Und jetzt habe ich keine Kohle mehr. Eins, zwei. Jetzt habe ich keine Zweier mehr. Eins ist das. Ach ja, stimmt. Ich habe die ja... ...ne drei gemacht hier. Okay, pass auf. Dann ist das die zwei. Die sind jetzt die drei. Wird da noch was gebaut? Ja, einer kommt noch. Was ist das hier? So, jetzt haben wir selber... ...drei. So. 300 Meter Entfernung noch. Hier oben. Oh, das wird interessant. Okay, ich fliege euch mal hier. Die Eins nach hier. Und die Zwei nach hier. So, ganz kurz hier dann schauen. Destroy the enemy headquarters. Locate missing SWAT units. Free as many hostages as you can. Ja, da haben wir ja hier schon mal den einen... ...die müssten bestreit sein zumindest, denke ich. Äh, keine Ahnung. Ich gehe da einfach mal von aus. Oh, hier geht's schon heftig, wieder abzusagen. Was ist hier unten los? Hä? Wo kamen die denn her? Okay, pass mal auf. Habe ich hier vielleicht noch... Machen wir mal schnell drei... Oder nehmen wir einfach die Einheiten. Ah, ich glaube, hier habe ich auch noch mal... Ah, das sind die Hostages, die wir befreit haben. Die helfen uns dann, oder wat? Nice. Dann kann ich mit denen mal schnell ein paar Gefangene machen. Einfach nur der Kohle wegen. Und jetzt... So, eins, zwei... ...sind die hier. Drei sind die Apaches. Die eins, die postieren wir mal hier vorne. Fahren wir einfach mal ran. Bisschen blöd, dass dieser Fog of War... Ja, da sieht man nicht so... ...so richtig, was da ist. Und die decken jetzt auch nicht so viele Aufleiter. Also... Man hat jetzt nicht so die... ...die große Sicht, wenn man mit den Haubitzen in der Nähe ist. Wir brauchen das. So. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, manchmal finde ich mal den Mauser gar nicht mehr. Da ist er. Woa, 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 woa. Mal wegfliegen bitte. Es ist nur noch einer. Naja gut, jetzt habe ich keinen Apache mehr. Aber dafür habe ich ja meine Spezialtruppen. Wo seid ihr denn da hinten? Mach mal ein bisschen hinne jetzt. Sieht doch gut aus. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, aber kriegen wir hin. Oh. Warum genau steht die eine Einheit hier hinten? Und warum kann ich die Zweier nicht mehr anwählen? Und was ist jetzt gerade los? Oh, okay. Wir bekommen glaube ich ein Video. Unbedingt. Und aus. So, back at the base. Und aus. So, back at.